Die haben sich hier sehr gut geschlagen, uns haben alle brav mitgemacht, also waren sehr motiviert und für uns war es glaube ich auch ein großer Spaß. Ja genau, wir wollten ein bisschen was von uns an Sport her zeigen, weil das auch eine halbwegs gute Session ist, weil ein paar möchten ja da echt trainieren. Jetzt haben wir ein warmer Programm, das wir in echt fahren und dann noch ein Intervall oder Efforts, die wir sind auch noch auf der Straße bringen. Ja also ich finde das extrem wichtig, also einerseits lernt man viel und andererseits macht es auch einfach Spaß. Also es ist eine einzigartige Gelegenheit, dass man hier mit so Top-Athleten trainieren kann. Ja, alle waren voll motiviert, muss ich wirklich sagen. Und ja, wieder die Lubnik-Schwistern, die waren wieder top dabei. Aber die Martina Koenz von Ringen und so, auch voll motiviert. Also doch, es sind ein paar schon dabei. Kann man schon arbeiten damit. Es ist nicht spannend. Ich gebe mir extra noch vor der Session, die den Sieg von ihr geben. Es ist einfach das Gefühl, wenn du reingest und die Empathie diese aussteuert, diese Vibes, die aus ihr rauskommen, einfach nur wenn sie da steht und die anschaut und sagt, du bist Teil des Teams, ohne dass sie ein Award ausdrückt. Gradios. Alles ausprobieren, was irgendwie geht. Zu Hause kommt dann das übliche Training wieder. Ahbay. Ciao. Ciao. Daniel Bispañ. Untertitelung des ZDF, 2020